Viele halten ihrem Ex-Partner, ihrem aktuellen Partner, ihren Eltern oder anderen Menschen Dinge vor und die Dinge, die ich jetzt sage, können verletzend sein. Ich möchte damit helfen, dass du in deine Stärke kommst, dass du aus der Ohnmacht herauskommst, aus dem Opferdasein herauskommst und stark genug bist, dein Leben in die positive Richtung zu verändern und loszulassen, was war, damit du diese Blockade auflöst. Ihr wisst, wenn wir an etwas festhalten, bauen sich damit Wände auf, energetisch Wände, Blockaden, sodass Reichtum nicht zu uns kommen kann, Gesundheit nicht zu uns kommen kann. Die Dinge, die wir erreichen wollen, das Leben, ist dann im Alltag einfach schwieriger als bei anderen. Und es gibt genug Menschen, die dann erzählen, die Person hat mich psychisch kaputt gemacht, wegen ihm ist jetzt das und das. Also man hält an Dingen fest und sagt, wegen dieser Person, man gibt dieser Person die gesamte Macht über sich selbst, gilt es mir jetzt so schlecht. Ich sage nicht, dass es dir, dass das nicht stimmt. Ich sage nur, du kannst das loslassen, du kannst damit arbeiten und das Loslassen ist immer schwierig. Natürlich, wenn einem schlimme Dinge passiert sind und es passieren schlimme Dinge, die mit nichts zu entschuldigen sind, ist es natürlich schwer loszulassen. Was ich dir mit diesem Video sagen möchte, ist, ob die andere Person deinen Schmerz anerkennt oder nicht, du weißt doch, was du durchgemacht hast. Du kannst doch deinen Schmerz anerkennen. Warum gibst du die Macht der anderen Person, dass sie anerkennt, was da für ein Schmerz in dir ist. Die andere Person denkt noch nicht mal darüber nach. Und du gehst daran kaputt, weil du jeden Tag in deinem Kopf dieses Problem durchgehst oder diesen Schmerz durchgehst. Du brauchst nicht wirklich die Anerkennung der anderen Person. Was du brauchst, ist deine eigene Anerkennung und deine eigene Wertschätzung dafür, was dein Wundervolles, was dein Wertvolles Selbst alles durchgemacht hat. Und wie stark du bist, dass du jetzt in der Lage bist, da zu sitzen und das Video zu schauen. Dass du noch am Leben bist, dass du noch da bist, dass du es geschafft hast bis jetzt. Schau dir dein Leben an, was du alles geschafft hast. Und es gibt 100% Dinge, die du aufzählen kannst, die du geschafft hast. Frage dich in Ruhe. Brauchst du das wirklich, dass die andere Person sich bei dir entschuldigt und dir sagt, boah, das, was ich dir angetan habe, ist wirklich schlimm, sorry. Ich fühle mich deshalb so schlecht. Brauchst du das wirklich vom anderen? Weißt du nicht selbst, wie schmerzhaft es war, als du es erlebt hast? Muss die andere Person dir diesen Schmerz erst bestätigen, um dir die Erlaubnis zu geben, dass du es fühlen darfst? Du brauchst es nicht. Du willst es, weil du denkst, dass deine Erleichterung erst kommt, wenn die anderen zugeben, wie sehr sie dir wehgetan haben. Und es wird dein Schmerz nicht wegmachen, weil du es bist, die sich von dem emotionalen Schmerz befreien kann. Der andere kann dich nicht von diesem Schmerz befreien, nur du. Natürlich tut es kurz gut, wenn der andere es zugibt, aber du, du kannst dich befreien. Und diejenigen, die das erlebt haben, dass ein anderer sich vielleicht entschuldigt hat, spüre mal rein, ist der Schmerz nicht trotzdem immer noch da? Also befreie dich selbst. Und gerade wenn du mit Menschen zu tun hast, die sehr narzisstisch sind, die das einfach nicht anerkennen wollen, dass sie dir wehgetan haben, dann bleib bei dir. Und erlaube dir, diesen Schmerz zuzulassen, dass er da sein darf. Das ist oft ein Problem, was viele haben, dass sie sagen, nein, 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 aber er ist doch da. Er ist doch da. Warum verleugnest du das? Der Schmerz ist da, du hast es erlebt. Es ist schmerzhaft, es tut weh. Wenn du jemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst, kann das sehr, sehr gut tun. Ob das ein Therapeut ist, ob es eine Freundin ist, ob das, wer auch immer. Dann kann das entlasten, wenn man darüber spricht. Und dann schaue, dass du deinen Schmerz anerkennst. Dass du es anerkennst und dass du diesen Schmerz in Weisheit umwandelst. Geheilter Schmerz ist Weisheit. Nicht geheilter Schmerz ist oft Depression und Opferbewusstsein. Und du bist kein Opfer. Egal, was passiert ist. Vielleicht warst du es. Du bist jetzt eine starke, eigenständige Persönlichkeit, die es schaffen kann, aus dieser Scheiße wieder rauszukommen. Und in sich Freiheit und inneren Frieden zu spüren. Du wirst einen Weg für dich finden können. Du wirst einen Weg für dich finden. Du wirst einen Weg für dich finden. Vielen Dank.